Hey Leute, Quarko hier. Viele Avatar-Fans lieben natürlich die ganzen Avatar-Spiele. Ob es jetzt ein Die Legende von Korra-Spiel auf der Playstation 4 war oder Avatar der Heer der Elemente-Spiele, die ich zum Beispiel damals auf der Playstation 2 gespielt habe, wo ich mich nur noch so bruchteilmäßig daran erinnern kann. Davon war dann eigentlich alles dabei. Die Spiele kamen zwar alle nie sonderlich gut an, aber dafür wurden sie immer richtig gut verkauft. Weswegen ich schon vor ein paar Monaten meinte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues Avatar-Spiel erhalten könnten oder ein Avatar-Game in Kooperation mit einem anderen Spiel so circa wie bei Star Wars in Fortnite ziemlich hoch ist. Und dasselbe haben wir tatsächlich jedoch bekommen mit Avatar. Bloß nicht in Kooperation mit Fortnite. Also zum Glück. Das wird hier vielleicht ein etwas kürzeres Video, aber starten wir erstmal. Deswegen holt eure heißgeliebten Avatar-Cookie-Dough, genießt die Informationen und das Video und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Vor ein paar Tagen, um genau zu sein, am 23.06. hat Playstation ein Video hochgeladen, in dem angekündigt wurde, dass Smite eine Kooperation mit Avatar, der Heer der Elemente, eingegangen ist und es somit einen Battle Pass geben wird im Juli 2020. Also tatsächlich schon nächsten Monat. Ab dann hat man die Möglichkeit, Aang, Zuko und Korra in Smite zu spielen. Die haben sogar dann eigene Spezialformen, wie zum Beispiel bei Aang und Korra eine Art des Avatar-Zustandes und Zuko den blauen Geist. Zwar ist das diesmal kein eigenes Avatar-Spiel, aber ich denke, dass das vielleicht auch Abwechslung bringt und auch gut sein kann. Gerade weil Smite ja schon ein beliebtes Spiel ist und im Crossover mit einer Serie, kann das ja eigentlich auch nur gut werden. Erinnern wir uns mal daran zurück, wie es bei Fortnite und Star Wars war vor ein paar Monaten. Smite könnt ihr natürlich auf der Playstation spielen, aber viele kamen damit der Frage auf, ob man den Crossover-Serien-Battle Pass auch auf anderen Plattformen spielen kann. Denn Playstation hat schließlich das Video auch hochgeladen. Somit ist es auch verständlich, dass es für die Playstation auf jeden Fall zur Verfügung steht. Smite könnt ihr auf der Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Mac OS und auf dem PC spielen. Ich denke, dass der Battle Pass nächsten Monat für alle Plattformen erhältlich sein wird. Denn erstens ist es schwierig, ein Update zum Spiel zu machen und bei den anderen Plattformen diese Update nicht zu machen. Playstation hat natürlich Verwirrung gestiftet, indem sie hochgeladen haben, dass es Smite mit einem Avatar-Crossover geben wird. Und sie haben auch nur ihr Playstation-Logo eingeblendet. Deswegen nahmen viele Leute an, dass es nur für die Playstation verfügbar sein wird. Aber man sollte es auch mal aus einer anderen Sicht sehen. Smite ist daran interessiert, möglichst viele Spieler zu gewinnen. Und Playstation ist daran interessiert, dass möglichst viele Leute mit der Playstation spielen. Somit wäre es ein absolutes Eigentor, wenn man sagen würde, dass man Smite mit Avatar-Crossover auch auf anderen Plattformen spielen kann. Mit der aktuellen Strategie hat Playstation den Anschein gemacht, dass es nur für die PS4 erhältlich sein wird. Rein wirtschaftlich ist das richtig gut, was sie gemacht haben. Denn somit würden die jungen Zuschauer denken, die Avatar richtig gerne mögen und irgendetwas Neues damit spielen wollen, dass sie sich eine Playstation zulegen müssen. Dem ist, denke ich, aber mal nicht so. Es würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn Smite es zulassen würde, dass Avatar-Crossover nur auf der PS4 erhältlich ist. Denn sie wollen ja, dass ihr Spiel überall gespielt wird. Ob jetzt Xbox, PC oder Playstation. Das war es jetzt einmal zu dem Thema. Smite könnt ihr by the way kostenlos downloaden. Ich möchte aber nicht so viel über das Spiel reden, denn bevor ich hier irgendwelchen Shit-Talk betreibe oder Falschbehauptungen sage, ich habe gar keinen Plan, worum es an Smite überhaupt geht. Im Großen und Ganzen interessiert mich das Spiel auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich interessiere mich lediglich für den Avatar-Part im Game. Und werde, sobald der Battle Pass draußen ist, vielleicht auch mal eine Runde als Zuko spielen. Und da es ja auch ein Battle Pass ist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man diesen auch kaufen muss, so wie in Fortnite oder in anderen Spielen. Kommen wir jetzt aber mal zu den anderen Avatar-Gamen. Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen, dass auch ganz bald ein eigenes Avatar-Game kommen wird. Das ist tatsächlich auch schon länger bekannt und wird mit dem Spielbaukasten Dreams von der Playstation 4 erstellt. Mit Dreams könnt ihr euer eigenes Playstation-Spiel erstellen und der deutsche YouTuber Elka Gaming dachte sich, dass er das doch einfach mal mit einem Avatar-Game machen könnte. Dieses hat sogar richtig Aufmerksamkeit bekommen. Und so möchte selbst die Synchronsprecherin von Azula im Game sein. Auch hat IGN mit mehreren Millionen von Abonnenten ein Video zu diesem Game gemacht. Es kann vielleicht sogar so gut sein, dass das Spiel unterstützt wird in naher Zukunft von den Avatar-Machern. Aber diese haben sich bisher dazu noch nicht wirklich zu erkennen gegeben. Also ist es richtig viel mit Avatar geplant und ich bin echt mal gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. Das Problem bei der ganzen Thematik wird wahrscheinlich sein, da es mithilfe von einem Programm der PS4 erstellt wurde, kann man logischerweise das Spiel nur auf der PS4 spielen. Ich vermute das einfach mal, aber bei dem Punkt bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Wann das Spiel auf der Playstation 4 erscheinen wird, ist bisher auch unklar. Aber der aktuelle Name des Spiels soll Avatar Rise of the Phoenix King heißen. So Leute, das wär's dann tatsächlich schon vom Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Avatar-Game ihr damals gespielt habt und auf welcher Konsole. Falls dir das Video auch gefallen hat, kannst du gerne eine positive Bewertung dalassen und den Kanal abonnieren. Falls du auch mit coolen Avatar-Boys & Girls reden oder schreiben möchtest, kannst du gerne den Nisekai-Community-Discord beitreten. Da gibt es alles rund um Avatar und Anime. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, passt auf die Mücken auf, dass sie euch nicht stechen, bis die Tage und Sayonara! Ich bin lange� Gesville und euch dazu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. SIG some wat fixet ! Untertitelung des ZDF, 2020